Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Höln hier und herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Black Ops 3 Online Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, ihr könnt sehen, wir haben endlich die goldene M8A7, meine bisher Lieblingswaffe in dem Spiel. Leider wurde sie etwas runtergepatcht, aber das macht jetzt nicht so viel, Freunde. Ich finde, das ist trotzdem noch eine richtig geile Waffe hier. Zeige ich euch mal direkt. Ah, scheiße, da ist wieder so ein Camper-Sniper da oben. Schönen wir uns erstmal kurz hier und ducken uns nach links mit James Bond. Ah, scheiße, der Pister hat mich gesehen, der Wilbert. Ja, Freunde, heute... Ach, du Scheiße. Heute ist es meine erste Runde, die ich gerade spiele, weil ich bin heute ein bisschen im Stress. Der Nelson ist heute das letzte Mal hier in Deutschland. Danach geht es für ihn wieder zurück nach England. Ach, du Scheiße. Nur ein Assist bekommen, willst du mich verarschen? So, wir campen jetzt mal, wie die das so schön machen. Nein, ich bin kein Camper. Da, ne. Ja, wo sind die denn alle, Mann? Guck mal, was für ein Camper putzen. Ey, der chillt da seine Eier einfach. Warte. Boah, ich habe echt lang kein COD mehr gezockt. Ich glaube, vor drei Tagen das letzte Mal, weil ich war jetzt momentan echt ziemlich beschäftigt. Nelson war ja auch hier gewesen. Unter anderem, wir haben ja ein geiles Video für viel FIFA aufgenommen. Habt ihr hoffentlich gesehen. Das solltet ihr gesehen haben, Freunde. Ist übertrieben geil geworden. Wir haben so eine Food-Drop-Challenge gemacht, zu zweit, mit einem Klavier. Also, wer das noch nicht gesehen hat, zieht es euch auf jeden Fall rein. Oh, da ist ein Gegner. Boah, Junge. Ihr merkt es, Freunde. Das ist meine erste Runde. Also, heute werde ich wahrscheinlich nicht so die beste Runde raushauen. Aber ich versuche einfach mal mein Bestes. Und wir hatten ja auch lange Zeit keinen Nuketown mehr gehabt. Deshalb dachte ich mir, hauen wir jetzt einfach mal wieder schönen Nuketown-Action raus. Aber gerade geht's ja noch halbwegs klar mit der Präzision. Warte. Zeig dich, zeig dich, du Missgeburt. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich wichse ein Schädel um. Zeig dich, du Arschloch. Das ist ein Pisser, Alter. Ey, will der mich verarschen? Der will mich echt verarschen. Egal, ich überrasche die jetzt von hier. So. Jetzt, da kommt 100% einer. Sag mal, wo sind die denn alle? Haben die sich hier verkrochen? Die wollen mich verarschen, Alter. Wo sind denn die Gegner? Das ist doch 6 gegen 6 hier. Oder ist das hier gerade 6 gegen... Ah ja, guck, 6... Oh, jo. Boah, ich hätte jetzt nicht bekommen. Ei, 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 ei. Egal, 6-4 ist okay, Freunde. Solange wir im Plus sind. Heute ist für mich das Motto, solange wir im Plus sind, ist alles super. Alter, wer ist denn hier dieser Mutterschiff oder was das ist, Mann? Alter. Ja, okay, der hat mich gerade gebumst, Alter. Scheiße. Ach ja, Freunde. Ja, wir gehen heute Abend ins Ufer 8 in Düsseldorf. Ist ein cooler Club. Machen wir da ordentlich Party. Und dann am nächsten Tag, am Morgen, muss der Nelson wieder zurück nach England. Ist leider echt so, Alter. Der war jetzt, glaube ich, zwei Wochen hier. Und hat Silvester in Amsterdam verbracht. Hatte ein cooles Wochenende dort gehabt. Oder war es das mal in der Woche, ne? Genau, das war in der Woche. Aber ich muss mich halt leider ein bisschen beeilen heute. Weil ich hab schon vorhin, ey, so lange für GTA... Alter, was ist... Das ist ein Geschütz. Ich hab so übertrieben lange für die GTA San Andreas Folge einfach gebraucht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Ich hang da locker... Ey, wieder ein... Wie noch ein Assist? Ich hang da locker anderthalb Stunden an der GTA San Andreas Folge. Die müsste eigentlich schon online sein. Zieht sie euch rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich muss diese Runde jetzt einfach nehmen. Egal, wie scheiße sie wird, Alter. Tut mir leid. Aber ich versuch mein Bestes, Alter. Komm. Wir kriegen noch was Gescheites hin hier. Ich versuch's, Freunde. Alter, guck mal vor meiner Nase. Ah, da merkt man, dass das meine erste Runde ist. Also man sollte sich schon einspielen bei Call of Duty, bevor man spielt. Alter, das ist scheiß geschützter... Ey, warte mal. Jetzt hol ich mir das mal... Ne, hätte ich jetzt nicht bekommen. Wäre echt... Ende im Gelände. Hab ich beide bekommen, zum Glück, Mann. Oh, da hinten. Ich hab's gewusst, Mann. Ich hab's gewusst. Da war er, ne? Du scheiß Headglitscher, Alter. Dein kleiner Erbsenkopf, ey. Den steck ich dir gleich in die Suppenkelle rein. Meine Güte, ey. Ich glaub, heute willst du eine schöne Rage-Folge... Heute willst du eine schöne Rage-Folge geben hier, ey. Diese Headglitscher, Alter. Diese scheiß Erbsenköpfe da. Zeigen nur ihre kleine Birne. Und der eine... Warte mal. Nehmen wir jetzt mal einfach die Wesper, Freunde. Dann müssen mal andere Waffen hier genommen werden. Nicht immer nur die M8H7. Immer ein bisschen die Abwechslung. Oh, nee, Alter. Überall Headglitscher. Ich krieg zu viel. Ich nehm jetzt einfach die KN. Ja, wir sind noch im Plus, Freunde. Solange ist gut. Aber die Gegner, Alter, die sind alle hier. Guck mal jetzt. Boah. Gott, oh Gott, oh Gott. Da war auch einer. Mama Mia. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das, das, das kann ja wohl was werden. Und jetzt, wo ich die M8A7 brauche... Alter, habt ihr gesehen? Ich habe mich verzogen. Wie ein verzogenes Kind. Da war einer. Meine. Ey, jetzt reicht's aber. Der legt sich da einfach hin. Warte, aber jetzt. Hab ich. Ey. Schluckt der so viel, Mann. Egal, wir haben Sense, Freunde. Jetzt wird nochmal mit dem Sense rasiert hier. Den nehme ich auch, bevor die Halbzeit vorbei ist. Komm. Da. Scheiße. Nein, der ist schon tot. Hab ich. Weiter. Komm, Freunde, komm. Jetzt, da kommt noch einer. Zeig dich doch. Ey. Ey. Jawoll, Ski. Ah, da ist noch einer. Fuck, der hat mich bekommen. Egal. Ist okay, Freunde. Komm, zweiter Hals. Da müssen wir nochmal einen draufsetzen, Alter. Es läuft ja ganz, ganz okay, Freunde. Ist okay. 17, 11. Okay. Ist jetzt kein Viscabasa-Niveau, aber... Ist okay, Freunde. Was gibt es sonst noch so Schönes zu erzählen? Also, ähm... Ja, ich wollte mich nochmal hier bedanken, weil ich denke mal nicht, dass so viele Uncharted geschaut haben, wo ich mich bedankt habe. Da habe ich mich nämlich bedankt, dass wir auf dem Kanal die 250.000 Abonnenten erreicht haben. Einfach die Viertelmillionen. Das ist echt unfassbar. Dafür möchte ich mich bei euch allen nochmal herzlich bedanken hier. Für eure krasse Unterstützung auf dem Kanal. Och, ne. Genau jetzt. Alter, warte. Ja, dafür wollte ich schon mal Danke sagen hier. Oh, ne. Da war... Ey, wo sind die denn? Scheiße, Alter. Komm, siehst du, wie durcheinander ich gerade war? Wie so ein Jimmy-Banana-Babana. So, jetzt ist die erste Halbzeit sowieso vorbei. Ja, 2013 ist okay. Ist okay, Freunde. Aber, ey, ohne Spaß. Tut mir den Gefallen. Auch diejenigen, die keinen GTA-San Andreas gucken. Bitte zieht euch diese Folge rein. Diese Mission, ne. Die hat mich verflucht. Boah, das müsst ihr euch reinziehen. Das war so lustig. Das war lustiger als die Folge davor. Ihr seht ja, vielleicht habe ich mir ein bisschen den Bart heute getrimmt. Ich muss gleich noch duschen gehen. Haare machen. Haare machen. Was war denn da? Stimme los? Eieieiei. Ich hasse das eigentlich, unter Stress hier ein Video aufzunehmen. Weil wir haben jetzt gerade 20 Uhr. Und ich muss eigentlich um 21 Uhr beim Kollegen sein, wo wir hier vortrinken und alles. Und da werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen später auftauchen. Aber das ist ja typisch Öni, Alter. Auch im Echten. Also, ihr braucht nicht zu denken, dass ich nur die Videos spät hochlade. Ich bin auch sonst immer überall verspätet, ey. Das ist so das Manko an mir, was ich unbedingt noch verbessern muss. Weil ich bin echt nicht immer der Pünktlichste. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Ich sehe meine Fehler hier ein, Freunde. Und ich hoffe, ihr wisst das auch. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ey, was wollt ihr? Oder so. Ich bringe doch alles pünktlich. Oha, Alter. Wie schnell hat der mich denn getötet? Okay, jetzt nochmal volle Konzentration in der Halbzeit 2. Komm, vielleicht kriegen wir ja die 20 plus Kills hin oder 10. Ja, 10 bin ich auch schon zufrieden. Alter. Und meinst du wieder von da? Nee. Wo sind die denn alle? Chillen die ihre Eier wieder? Da. Backe, 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 Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Da war noch keiner. Huh. Boah, da bin ich direkt in die Fresse geflogen. So, komm da. Bam. Bam. Nein, aber das war gut. Das war nicht schlecht. Wir haben gleich wieder den Zenz bereit. Den Zenz später, ey. Den Zenz. Ich finde die Waffe... Oh, shit. Ist eine meiner Lieblingswaffen momentan. Die KN-44, genau. Ich finde das ist eigentlich eine richtig geile Waffe. Ein guter Ersatz für die M8A7. Keine Dreischusswaffe, aber hält gut drauf. Hat gute Durchschlagskraft. Bam, bam, bam. Oh, wow, wow. Granate. Zurückziehen. Ja, in meinem Namen haben wir schon mal 11 plus Kills. Ist okay. Warte, da ist irgendwas. Da sind zwei Pisser, Alter. Warte mal, die hole ich mir jetzt. Ah, die wurden schon gekillt. Okay. Alles klar. Komm, weiter, weiter, weiter. Vorarbeiten, vorarbeiten. Headglitcher. Da war wieder ein Headglitcher. Oh, nee, Alter. Oh, da... Ey. Boah, jetzt kommen die wieder von der Seite noch dazu. Ich stimme gleich mal noch an die... Boah, das sind zwei Stück. Warum schieße ich eigentlich nicht auf den? Ich renne zu dem immer oder schieße ich auf den? Habe ich. Weiter, weiter. Ab und zu habe ich so Momente, da bin ich ganz gut. Aber manchmal denke ich mir, boah, bin ich scheiße. Ja, ist so ein Zwischending, Alter. Ich bin jetzt nicht gut so in Call of Duty, aber auch nicht schlecht. Sagen wir es einfach so. Ich will mich jetzt auch nicht mit niemandem vergleichen oder so. Hab ich auch schon mal gesagt. Es macht mir einfach Spaß, das Spiel zu Let's Playen. Und euch macht es auch Spaß beim Zusehen. Und das ist die Hauptsache, Freunde. Wir haben den Sense, den Sense, Peter. Ist wieder am Fliegen wie Harry Potter. Warte, war, glaube ich, noch jemand, oder? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, 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 fuck hinter mir. So, jetzt nehmen wir mal den Sense nehmen. Mal gucken, ob wir mit dem was reißen. Bitte. Ey. Da, komm. Nein. Ey. Wenn ich damit jetzt gar keinen kriege, dann raste ich aus. Ich kriege keinen damit, Alter. Mann. Habt ihr das gesehen? Wie er verflucht, Alter. Das fängt der Armee bei San Andreas, ey. Der hat von einem mal sein Special-Ding. Und dann kann man es nicht rausholen. Jetzt haben die Gegner noch Reifen, Alter. Diese Raps, Alter. Kriege ich direkt Hunger auf den Rap. Ist mir klar, Alter. Ist klar. Erleckt mir doch die Sack-Eier, Alter. Aber richtig, die Cojones, ey. 26, 26. Ja, klar, Alter. Haben die doch Nitro dran, diese Scheiß-Teile, oder? Warum sind die so schnell? Alter, das habt ihr gerade nicht gesehen. Okay. Das habt ihr gerade nicht gesehen, Freunde. Das war gerade die 100er Prezi, Alter. Können die Dinger auch eigentlich hier hochrollen? Nee, oder? Ich hoffe mal nicht. Schilden eure Eier, diese Scheiß-Teile. Alter, warum ist dieses Auto-Visieren irgendwie so komisch manchmal? Ey, guck mal, jetzt machen wir uns die ganze Kadenz kaputt. Wegen der Scheiß-Reifen hier. Oh. Buh, 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 buh. Okay, jetzt reicht's. Er macht da sieben Action, gibt's jetzt wieder. Wir sind noch mit zwei Punkten am Zurückliegen. Bitte, diese Scheiß-Reifen. Wie hat der Typ seine Scheiß-Reifen da gepackt? Jetzt haben wir wegen diesen Reifen so eine Scheiß-Killquote bekommen, ne? Das ist ja einfach unfassbar. Ey, was ist das denn? Ist das Harry Potter mit dem Blitz, oder was? Lord Voldemort. Meine Güte, ey. Boah. Das ist ja echt unfassbar. Wie geht das? Wie? Ey. Och, ne. Jetzt kommt noch dieser Scheiß-Anschlag hier, Alter. Ja, hier. Der kriegt Snackshot. Alter, jetzt wackelt hier alles wie so ein Vibrator, Alter. Zeig dich doch. Du Muschi. Boah, Junge, Alter. Heute wieder eine richtige Rage-Folge. Aber ist auf Rille heute. Ist immer auf Rille. So, immerhin schon mal vier hintereinander gekillt. Guck mal, kaum sind die Reifen weg, läuft es wieder halb. Boah, bist du schlecht präzise da hinten. Ah, ich aber auch. Egal, Freunde. 41, 29. Komm. Wollen wir nicht auf die Kacke hauen. Oh, ne, Alter. Ja, merkt ihr. Ich bin ein bisschen unkonzentriert. Aber scheiß drauf. Wir haben Spaß. Der Spaß ist da. Und dann ist alles super. Oh, ne. Ne, 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 ne. Da. Och, ne. Wer ruft mich denn da jetzt an auf mein scheiß Telefon, Alter? Mein ganzer Oden vibriert. Och, ne, Alter. Jetzt werde ich angerufen, ey. Och. Oh, hier. Ja, ne, da hängt so ein scheiß Geschütz auch noch, ne? Also, Geschütz ist echt, echt das Beste, was man für Nuketown machen kann. Weil damit können die Gegner eigentlich, kann man eigentlich überrollen. Und da hat einer wieder diese Anschläge, diese Dinger hier, ne? Egal, wir werden diese Runde verlieren. Aber wir werden sie mit Ehre und Stolz verlieren. Komm, jetzt umgehe ich mal dieses scheiß Geschütz da. So. Ich weiß schon, hinter mir war ein Gegner. Aber ich überrasche die Gegner einfach mal von hier. Da ist einfach keiner, Alter. Jetzt werde ich von hinten gekillt. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's gewusst. Hier, Alter. Du wolltest mich von hinten killen, hab ich dich... Ne, Alter. Ne, 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 ne. Das ist die Runde sowieso vorbei. Alter. Aber mal eine lustige Folge. 45, 34, okay. 19, ne. 11 plus, Kids. Wie komm ich auf 19, Alter? Wieder auf komplett, ja, auf Rille, ey. Ja, 45, 34. Wir waren der Beste aus unserer Runde. Die Gegner waren nicht schlecht, Freunde. Muss man sagen. Guck mal, die ersten beiden, die ersten drei, alle im Plus. Deshalb bin ich eigentlich zufrieden mit unserer Leistung. War in Ordnung. Wir haben nicht gegen so Noobs gezockt, sondern gegen eigentlich ganz gute Gegner. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich will mich wieder sehr bei 8000 Likes freuen. Die nächste Folge wird auf jeden Fall wieder ein bisschen länger gehen und gechillter. Da werde ich versuchen, zwei Runden zu machen. Und fragt den Rille-Peter, wird auch noch kommen. Morgen geht es dann weiter mit WWE, Freunde. Checkt auf jeden Fall Instagram ab. Und ja, GTA San Andreas. Die Folge müsst ihr euch auch reinziehen. Macht's gut. Ihr seid die Besten. Leute, dein Rille-Peter. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.